Juhu, ich bin mal wieder unterwegs. Heute mal am Arnertal und das Ziel ist eigentlich der Steinbruch. Darf man ja wohl eigentlich nicht, aber vielleicht finde ich irgendeinen Zugang und ja, ich lasse mich mal überraschen und schau mal. Hier bin ich jetzt im Arnertal. Ich bin nämlich vorhin einen anderen Weg gelaufen, das war wohl der Umweg, weil ich oberhalb vom Arnertal gelaufen bin. Ich bin nämlich im Arnertal. Ich bin nämlich im Arnertal. Ich bin nämlich im Arnertal. Das ist ein kleines Schneckchen. Ich finde das so mega spannend, dass hier viele Steine drin sein könnten. Vielleicht mit Fossilien dran, also mit irgendwelchen Muschelabdrücken oder so. Das sieht ein bisschen so aus. Früher auf dem Weg habe ich welche gefunden. Oh, wie man das sieht. Das könnte auf jeden Fall was sein. Und das sieht es auch. Jedenfalls ist es mega nice hier. Voll schön und ruhig. Das ist wirklich kein Mensch hier. Herrlich. Jo, einfach mal chillig. Am Fluss sein. Und den Fluss mal beim Fluss sein. Oha. Mir ist auch heute nicht groß nach reden, sondern einfach mal ein bisschen still sein und genießen. Gärlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.